Jamaika-Sondierungen Es sind dramatische Stunden Stand, 19.11.2017, 20.36 Uhr Seitenanfang. Von dramatischen Stunden berichtet ARD-Hauptstadtstudioleiterin Tina Hassel. Die Karten liegen auf dem Tisch, neue Vorschläge gibt es nicht mehr. Bei einem Scheitern wäre die Autorität Merkels sowie aller anderen Verhandlungsführer erheblich beschädigt. Tina Hassel, ARD Berlin, zum Stand der Sondierungen Tagesschau 20 Uhr, 19.11.2017 Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an. Klein, H264, Mittel, H264, Mittel, WebM, Groß, H264, Groß, WebM, HD, H264, Hinweis, falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel, Speichern unter, Auswählen. Video Einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau Durch Anklicken des Punktes, Einverstanden, erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Plairs zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Plair nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das Überlassene-Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Video Plairs im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Plair und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das Überlassene-Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Preroll- oder Postroll-Darstellungen, Splitzkin oder Overlay. Der Video Plair wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die NDR Video Plairs erheben. vom NDR